Na gut, dann werde ich jetzt erstmal diese ganze Gasthaus-Thematik hier abschließen. Mr. Goya, ihre Truppe erwartet sie im zweiten Stock, äh Gruppe. Ja, gut, alles klar, weiß ich Bescheid. Ich gucke trotzdem, ob ich euch hier noch irgendwas mopsen kann. Ne, ich bin jetzt hier schon wieder total in Diebstahl-Laune und so, aber ne, hier scheint es nichts zu geben. Hier allerdings vielleicht... Goya, du kommst spät! Okay, ja, ich weiß gar nicht, wie spät es ist, aber du kannst mir ja gleich sagen, wenn du ne Armbanduhr hast oder so. Hier hängt ja nirgendwo ne Uhr. Woher wisst ihr überhaupt alle, wie spät es sein soll? Hey Mann, du kommst spät! Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Schätze, sind jetzt alle hier. Erzähl uns deine Geschichte. Über Sefirot und die Krise, in der sich der Planet befindet. Erzähl uns alles. Ich wollte mal wie Sefirot sein, also wurde ich Soldier. Nachdem ich bei einigen Einsätzen mit Sefirot gearbeitet hatte, wurden wir Freunde. Den nennst du ein Freund? Tja, nun. Er ist älter als ich und sprach fast nie über sich selbst. Ich glaube, man könnte uns als Kriegskameraden bezeichnen. Wir vertrauten einander bis eines Tages. Eines Tages? Nach dem Krieg wurden die Soldier beauftragt, den Widerstand gegen Shinra zu brechen. Das war vor fünf Jahren. Und ich war 16. Oh, da sehen wir ihn zum ersten Mal. Oh, ist ja ein Schnittchen. Ich finde ihn so auf Anhieb irgendwie fast schon cooler als Cloud, muss ich sagen. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass er schwarz gekleidet ist. Ich mag das ja total gerne, ne? Es regnet wirklich in Strömen. Hey, wie geht's? Ne, haha, nicht sehr rätselig, oder? Alles in Ordnung. Ich weiß nicht. Ich war noch nie seekrank. Alles klar? Oh, der arme Cloud, dem geht's ja gar nicht gut. Hey. Beruhige dich. Sie haben mir eine neue Materia gegeben. Freut er sich da gerade? Aber gut, das ist wahrscheinlich der Moment, wo er auch 16 war, ne? Da ist er wahrscheinlich noch nicht so abgebrüht gewesen wie heute. Ich will's einsetzen. Wie ein Kind. Wirst du uns über den Einsatz aufklären? Das ist kein normaler Einsatz. Gut. Warum sagst du das? Ich bin Soldier geworden, um zu sein wie du. Als ich endlich zur ersten Klasse befördert wurde, war der Krieg schon vorbei. Mein Traum, ein Held wie du zu werden, wurde durch das Kriegsende zunichte gemacht. Darum melde ich mich immer, wenn es einen Auftrag gibt, um mich selbst auf die Probe zu stellen. Sag, wie fühlst du dich, Herr Sefirot? Ich dachte, du wolltest den Zweck der Mission erfahren. Unsere Mission besteht darin, einen alten Markoreaktor zu untersuchen. Berichten zufolge gibt es eine Störung und schlimme Monster entstehen. Zunächst müssen wir die Kreaturen loswerden, dann werden wir die Ursache der Störung ermitteln und beseitigen. Okay, Monster? Wo? Im Markoreaktor bei Nibelheim. Nibelheim? Da komme ich her. Deine Heimatstadt. Oh oh. Uns ist gerade etwas seltsames in den LKW gelaufen. Das muss das Monster sein. Oh oh, lass mich aber bitte nicht... Oh doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bist du groß. Oh mein Gott, du bist fast größer als mein Monitor. Oh mein Gott, bin ich tot. Oh mein Gott, sind wir tot. Ja, das ging doch flott, ne? Ich wollte einmal gucken, ob ich mit Sefirot mal einen Kampfbefehl austeilen kann. Oh, und Sefirot hat lange Haare. Ja, ich glaube, das ist... Ja, weiß ich nicht. Er, mein Typ. Also Cloud ist doch eigentlich immer so der Weiberheld hier gewesen. Aber irgendwie... Ja, irgendwie tanze ich da ein bisschen aus der Reihe. Oder ihr habt mir bestimmt vielleicht einfach nur nicht gesagt, dass Sefirot... Warum brennen seine Haare eigentlich nicht? So eine Haare will ich auch. Hey, wir haben es tatsächlich geschafft. Wow, hat der ein langes Schwert. Ja, entschuldigt bitte. Da kommen irgendwie gerade komische Zusammenhänge zustande, die ich so eigentlich gar nicht vorhatte. Sefirots Stärke ist unvorstellbar. Er ist in Wirklichkeit noch stärker als in jeder Geschichte, die ihr vielleicht über ihn gehört habt. Aber was hat das mit dir zu tun? Ich? Ich war fasziniert von der Art, wie Sefirot kämpfte. Ein interessant platziertes Komma. Die einen verschlucken was, die anderen haben zu viel davon. Hm. Und dann erreichten wir Nibelheim. Wie fühlst du dich? Das ist das erste Mal seit langem, dass du in deiner Heimatstadt bist, oder? Er guckt doch die ganze Zeit so grimmig. Also, wie fühlt es sich an? Keine Ahnung, ich habe keine Heimatstadt. Hm. Und was ist mit deinen Eltern? Meine Mutter ist Jenova. Sie starb direkt nach meiner Geburt. Oh. Okay. Ich glaube, hier stellt sich gerade so ein kleiner Aha-Effekt ein. Jenova ist die Mutter von Sefirot. Alles klar. Hä? Warum habt ihr mir dann geschrieben, dass Jenova keinen Kopf hat? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Okay. Vielleicht wird das ja hier noch aufgeklärt. Sie starb direkt nach meiner Geburt. Mein Vater. Okay, was soll uns das sagen, lieber Sefirot? Ich verstehe das nicht. Was macht das schon? Also gut, lass uns gehen. Okay, wo ist denn der gute Cloud hin? Achso, da kommt er. Oh, ich kann mich bewegen? Wow, was ist denn hier los? Voll interaktiv hier und so. Ich spiele jetzt hier meine Vergangenheit nach. Kann ich irgendwelche Items finden? Kann ich ins Menü? Nee, ins Menü komme ich jetzt hier nicht. Psst, wenn du weiter hier herumwannst, bekommst du Schwierigkeiten. Och, mit dir oder was? Ist ja süß. Hey, Sefirot ist mein Freund. Ja, ich glaube wohl kaum, dass du mir irgendwas entgegenbringen kannst, weil mein Kumpel da hinten ganzen Drachen umnieten kann. Es ist so langweilig, Wache zu halten. Äh, was ist denn bitte das Erste? Sollen wir tun, was wir sonst auch immer tun? Ich hab Angst. Sollen wir üben? Oh Gott. Üben? Ach, du meinst, äh, du meinst meine Pose. Muss man als Soldier immer darauf Acht geben, was andere Leute denken? Wie ging's? War es so? Gute Arbeit. Okay. Ich will wirklich nicht Soldier sein. Ich hab da jetzt ehrlich gesagt keine wirkliche Pose erkannt. Ich dachte, dass er jetzt vielleicht irgendwie sich so ein bisschen aufrichtet oder so, aber Cloud hat uns auch gerade ein bisschen die Sicht auf ihn versperrt. Kann ich nochmal mit dem reden und das andere auswählen? Ja, das ist deine Arbeit, also sei ruhig. Moorhals, verkaufe ich mich mal voll als Arsch. Ich komme und spreche ab und zu mit dir. Bleib einfach. Ach, jetzt mag er mich bestimmt nicht, aber ist mir egal. Das ist ja eh hier alles Vergangenheit, schätze ich mal. Oh nein, ich wollte eigentlich noch mit Sefirot reden. Ich dachte, dass er mich jetzt hier vielleicht aufhalten würde. Oh nein, nicht, dass ich mir jetzt irgendeine Materie oder so verkackt habe. Ja gut. Hey, Moment mal. Hä? Ist das nicht, hm? Nein, das ist nicht, hm. Der Name von Sefirots Mutter. Ich erinnere mich an Shinova, dieses verdammte kopflose Gespenst, das im Shinra-Gebäude lebt. Ah ja, hier haben wir auch nochmal den Hinweis. Meine Güte, ey, was ist denn seine Mutter bitte gewesen? Aber gut, Gespenst. Vielleicht wurde sie erst kopflos nach ihrem Ableben. Das stimmt. Barrett, würdest du uns bitte hören lassen, was Goya zu sagen hat? Fragen kannst du hinterherstellen. Tifa, ich hab doch nur... Okay, Goya, fahr fort. Die Freunde sind wieder vereint. Ich war wirklich überrascht von Tifa. In der Stadt ist es ruhig. Alle bleiben wahrscheinlich aus Angst vor den Monstern im Haus. Nein, vielleicht haben sie Angst vor uns. Okay. Wir machen unsere Morgengrauen in Richtung Reaktor auf. Seht zu, dass ihr früh ins Bett kommt. Oh, okay, ich kann mich jetzt also in Nibelheim umgucken, oder wie? Ich kann mich gerade nicht bewegen. Er wird wahrscheinlich jetzt noch irgendwas sagen. Wir brauchen nur eine Wache, sodass die anderen etwas ausruhen können. Ah, ja, und wie so ein Fifi kommt er angedackelt. Oh, und... Ihr könnt eure Familien und Freunde besuchen. Oh, zu gnädigst, mein lieber Sefirot, zu gnädigst. Womit haben wir diese Gnade nur verdient. Ich hörte, dass Sefirot kam und habe meinen Fotoapparat gezückt. Ich möchte ein Bild von Sefirot und einem Monster. Fotografier mich. Komm, Baby, tu es. Ich mache keine Bilder mit einem Niemand. Hm, ja, vielen Dank. Toll, er ist hier voll der Superstar und mich hier nimmt keiner ernst. Hallo, ich bin ein Freund des Superstars. Vielleicht wird dir das auch mal was nützen, wenn du ein Bild von mir hast und vier wert sein und so. Hm, na gut, gucken wir mal, wie er reagiert. Wenn wir ihm das hier sagen, geh ins Haus, es ist gefährlich. Na gut, Schwachkopf. Hey, dieser Typ ist echt... Du, bist du Goya? Oh, wirklich, so ist das also. Hä? Mit wem oder was spricht der? Irgendwie verwirrt er mich gerade ein bisschen. Mann, ich bin so nervös. Warum? Hör mal, man weiß nie, wann ein Monster auftaucht, okay? Äh, oder? Ja, das wohl wahr. Kann ich das andere auch nochmal ausprobieren? Bin ich aufgeregt. Stimmt, verpasst deine Chance nicht, dein Held zu werden. Ähm, achso, ich glaube, das hat er gerade zu mir gesagt. Ja, wenn die Namen immer nicht davorstehen, dann komme ich nach wie vor ständig durcheinander. Ich weiß halt nicht, wo wir jetzt rein müssen, ähm, oder was, äh, ja, welcher, welches Gebäude das Ganze jetzt hier weiter vorantreibt. Ich hoffe, dass ich mal die falsche, ähm, Reihenfolge mir hier gerade aussuche. Also diese Stadt, ähm, finde ich jetzt so auf den ersten Blick auch richtig schön. Auch die Häuser hier gefallen mir ausgesprochen gut. Aber das Außenareal, das hat mir, ähm, in einer anderen Stadt irgendwie ein bisschen besser gefallen. Bei der Inneneinrichtung bin ich mir noch nicht so sicher. Ich muss jetzt nur mal gucken, nicht, dass ich hier wieder irgendwas auslasse. Denn wenn man hier irgendwas öffnen kann, dann wird das wahrscheinlich auch wieder ein bisschen anders aussehen. Oh, du gehörst zu Shinra willkommen. Ist aber nett. Oh, es tut mir leid, du bist es, Goya. Ich habe dich nicht erkannt. Okay. Kennen wir die? Shinra? Shinra? Soldier? Salsa? Willst du die Ungeheuer töten? Willst du? Okay, der eine plappert der anderen die ganze Zeit nach. Ist ja auch nicht schlecht. Wahrscheinlich hier wieder große Schwester, kleiner Bruder oder so. Da liegt irgendwas Blaues. Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, dass ich das vielleicht einsammeln kann, aber ist nicht so. Goya, du bist ein starker Mann. Ja, vielen Dank. Immerhin erkennt ihr meine Stärke an. Nicht so wie der Typ da draußen, der sich nicht mit mir knipsen lassen wollte. Was ich immer noch sehr persönlich nehme. Okay, der Kleine sagt nichts. Und sie? Er ist so toll. Er ist einfach toll. Ja, ich weiß zwar nicht, wen ihr meint, aber ich habe fast die Befürchtung, ihr könntet meinen Kumpel Sephiroth meinen. Aber wir sind ja nicht eifersüchtig oder so, ne? Ne. Also bei den Kindern, denen verzeihe ich das ja wirklich, aber den Typen da mit seiner komischen Kamera, hat sich voll gereimt. Den fand ich ja schon ein bisschen frech. Sag mal, ist das hier, das sieht aus wie so eine güldene Kloschüssel oder so. Also wie so ein güldener Klo-Deckel eher so. Ähm, ich erkenne gerade nicht, was das also sein soll. Wobei das für ein Klo ein bisschen groß wäre. Also Cloud würde da mit seinem kleinen Popo mit Sicherheit durchplumpsen, wenn das maßstabsgerecht wäre. Aber das war wahrscheinlich gar kein Klo. Hat mich aber trotzdem irgendwie an eins erinnert. So, wo sind denn jetzt die Kinder hier abgeblieben? Du hattest hier doch gerade noch Leute bei dir. Sind die jetzt oben, oder was? Ich will mal ganz kurz gucken, ne? Nicht, dass mir jetzt hier irgendwelche Gesprächsoptionen durch die Lappen gehen, aber nö. Ist nicht so. Vielleicht spielen die jetzt draußen. Vielleicht kleben die an der Decke. Vielleicht, äh, keine Ahnung, sind die in der Schule. Ich weiß ja nicht, was wir hier noch so für Gebäude vorfinden. So, was ist das denn schönes? Oh, Goya? Bist du in mein Haus gegangen? Ähm, ich würde sie jetzt nicht anlügen. Ich sage einfach ja. Also, dass ich ihm mal an, dass das ihr Haus ist. Ich dachte, du wärst zu Hause. Hm, würde ich jetzt auch sagen, Cloud. Ne, so fängt das immer schön an. Also, ich hoffe, dass ihr uns jetzt nicht hasst deswegen. Aber ich befürchte immer, dass wenn man die Leute anlügt und die dann irgendwann dahinter kommen, dass, ähm, dass dann das alles noch viel schlimmer macht. Wow, das hier ist Tiefas Haus. Das ist mal eine richtig dicke Bonzenbude hier. Goya? Bist du in mein Zimmer gegangen? Ja. Also, jetzt würde ich es wissen. Also, wenn du schon so ominös fragst und so, äh, geheimniskrämerisch, dann wirst du hier bestimmt... Oh! Teenie-Unterwäsche? Was ist das denn? Cloud, du nimmst doch... Ne. Goya! Goya! Ähm, ich weiß nicht, ob ich sie... Ich sag ihr die Wahrheit, glaube ich. Notfalls nehme ich mir halt Ehre. Es ist auch in Ordnung. Dann ist sie jetzt sauer auf mich. Es ist die Wahrheit. Goya! Wir sprechen hier über was sehr Wichtiges. Hat er die jetzt wirklich eingesteckt? Okay, also Objekte können wir uns nicht angucken, ey, aber das muss ich dann später nochmal prüfen. Das ist ja gerade so... So witzig, aber über was sich tiefer auch Gedanken macht, ja? Vorhin, äh, weist sie Barrett noch drauf hin, ähm, dass er uns aussprechen lassen soll und dass, äh, sie sich die Geschichte weiter anhören möchte. Aber wahrscheinlich auch nur damit, ähm, ja, weil sie so neugierig war, ob wir eben in ihrem Haus waren, ne? Guck mal, hier ist irgendwie voll die geheime Ecke, wie wir da so sehen, dass so seine Haare noch hervorgucken. So, ähm, hier finde ich ansonsten nichts. Hast du auf meinem Klavier gespielt? Nur ein bisschen. Oh, woher habe ich die Info wohl? Doch nicht etwa von euch? Nein. Ich kann auch Noten lesen. Hm, lass sehen. Oh. Sagt uns das jetzt irgendwas? Oder sind das einfach nur... wahllos, äh, hingeschmissene Silben? Ich hatte jetzt gerade fast gesagt, dass mich das so ein bisschen an Donnerstag und Mittwoch und Sonntag erinnert, aber das Pfarr und das Reh passen da nicht mit rein. Okay, was auch immer mir das gebracht haben soll, dass ich nur, äh, nur ein bisschen ausgewählt habe. Ich sollte ja irgendwie nichts anderes wählen und auch nicht zu viel darauf rumklimpern. Irgendwie so habe ich das noch grob in Erinnerung. Dann, äh, habe ich mir das immerhin gemerkt. Also vielen Dank nochmal an die Tippgeber, auch wenn ich noch nicht abschätzen kann, was das jetzt hier für einen, äh, Mehrwert bietet. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier ansonsten irgendwie gar nichts mehr findet. Na gut, wir haben die Unterwäsche jetzt mitgenommen. Ha, genau. Die Ausbeute, die wir als hartgesottener Krieger brauchen, um die Welt zu retten. Ne, ist klar. Keine Ahnung, was, äh, Cloud damit vorhat. Also insofern er die wirklich eingesteckt hat, stand ja glaube ich nur, dass er, ähm, welche gefunden hat, ne. Vielleicht werden wir das dann auch gar nicht, ähm, im Inventar haben. Aber wer weiß, vielleicht stört das Tifa auch nicht unbedingt. Sie hat uns ja nicht beschimpft oder so, ne. Sie hat nur gesagt, dass es da um was, äh, sehr Wichtiges geht, aber nicht, ähm, konkret eine Beschwerde an uns herangetragen. Deswegen, ähm, ja, vielleicht ist sie ja gar nicht böse. Vielleicht macht sie das sogar irgendwie an, dass wir da, weiß ich nicht, in ihrem komischen, äh, Schrank rumwühlen oder so, ne. Man weiß ja nicht, Tifa ist ja so ein bisschen extrovertiert und abgedreht. Keine Ahnung, was sie so für Vorlieben hat. Das ist mein Haus. Es hat nichts mit dem Ereignis von vor fünf Jahren zu tun. Warte, ich will das hören. Ich auch, es ist schon lange her, oder? Erzähl uns mehr. Du hast deine Familie gesehen, oder? Ja, ich würde mal sagen, wir sprechen mit unseren Freunden drüber, warum auch nicht. Ich weiß nicht, ob man das Familie nennen kann. Mein Vater starb, als ich noch klein war. Darum hat meine Mutter allein in dem Haus gewohnt. Ja, ich habe meine Mutter gesehen. Meine Mutter war ein sehr lebensfroher Mensch. Sie hat sich überhaupt nicht verändert. Aber ein paar Tage später starb sie. Aber als ich sie sah, schien alles in Ordnung. Okay. Wow, das ist dann wahrscheinlich ein sehr bitterer Flashback für ihn. Oh, das ist die Frau, die wir aus einer anderen Sequenz schon mal gesehen haben. Wo ich auch noch, ähm, glaube ich, die Mutter, also die Mutterrolle auch als, ähm, Funktion jetzt in ihr gesehen habe. Oder in Erwägung gezogen habe. Ah. Ja. Goya? Willkommen zu Hause, Goya. Hallo, Mama. Wow. Komm, komm, lass dich anschauen. Hm. Ja, sprich dich aus, Frau. Du siehst wirklich gut aus. Oh ja. Baby, ich habe auch deine Gene, ne? Ist das eine Uniform von Soldier? Ganz kleinen Moment. Mama, ich... Mensch, bist du gewachsen? Ich wusste... Äh, ich wette, die Mädchen lassen dich nicht in Ruhe. Eigentlich nicht. Ich mache mir Sorgen um dich. Also ich weiß nicht, wer das jetzt sagt. In der Stadt gibt es viele Versuchungen. Mir wäre wohler, wenn du dich niederlassen würdest und eine nette Freundin hättest. Das ist genau die Szene, die wir schon mal gesehen haben. Daran erinnere ich mich noch. Mach dir um mich keine Sorgen. Du solltest... Eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Bin nicht interessiert. Ist du auch richtig? Es geht mir gut, die Firma kümmert sich um mich. Wirklich? Du kannst nicht kochen, oder? Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht. Goya? Du weißt das, Goya. Nicht wahr, Goya? Ich werde immer deine Mutter sein. Lass uns damit aufhören. Oh Mann, ey, der Arme. Kann ich eigentlich nochmal in die ganzen Häuser rein? Ich probiere das mal eben kurz. Warum hat Tifa, die olle Bunsenfrau, eigentlich das größte Haus? Finde ich nicht in Ordnung. Voll schade. Guck mal, unser Mini-Haus im Vergleich zu ihrem, ja? Das ist mal echt ein bisschen übertrieben. Ist ja eine richtige Schabracke im Vergleich zu ihrer Wohnung. So, kann ich jetzt hier nochmal rein? Hey. Sonst erinnere ich mich an nichts mehr. Es gibt nichts weiter zu sagen. Das ist in Ordnung, Goya. Oh, Ere ist immer so lieb und verständnisvoll. Einfach nur zu knuffig. So, wo gehe ich denn als nächstes hin? Ich wette, wenn ich jetzt in dieses Gasthaus gehe, dann wird das hier weitergehen. Oh, das sieht ja cool aus. Willkommen! Hey, bist du nicht? Okay. War ich schon mal hier? Ich kann mich nicht erinnern. Jetzt geht es mir aber auf die Nerven. Ist doch egal. Mach schon weiter. Sehr taktvoll von dir, lieber Barrett. Vielen Dank für dein Verständnis. So, die Szene wird sich jetzt hier wahrscheinlich wiederholen. Und der Typ oder die Frau mit den pinken Schuhen verschwindet jetzt wieder. Und wir dann danach auch. Okay, hier können wir uns also nicht umschauen. Ich gucke mal. Trotzdem habe ich jetzt hier irgendwie außer dem Innen... Ne, das ist jetzt das einzige Gebäude, was noch offen steht. Ich gucke mal, was passiert, wenn ich... Achso, hier geht es Tatsache noch weiter. Oh, hoffentlich kann ich hier nichts auslassen. Also jetzt so item-technisch rumliege-mäßig, meine ich. Hm, bist du von Shinra? Wer bist du? Ich bin in dieser Stadt der... Ah, ja. Bist du nicht Goya? Kennst du mich nicht? Du bist Tifas... Richtig, ich bin Tifas Vater. Ich möchte, dass du dich von meiner Tochter fernhältst. Mhm, okay. Gibt es auch eine Begründung, guter Mann? Oder ist das jetzt hier einfach nur eine blöde, billige, oberflächliche These? Wir brauchen Shinra nicht, um unsere Stadt zu schützen. Okay, vielleicht hätte er was anderes gesagt, wenn ich ein bisschen freundlicher zu ihm gewesen wäre. Ich habe ja am Anfang, als er mich angesprochen hat, die unfreundlichere Variante gewählt. Diese Villa. Nein, das kommt später. Okay. Was hat das mit dieser Villa auf sich? Warum möchte Cloud uns jetzt noch nicht daran teilhaben lassen? Also sonderlich großes Nibelheim ja nicht, es sei denn, es geht da hinten noch weiter, aber ich glaube, dass fast nicht... Nein! Da vorne ist der... Äh... Mount Nebel. Mount Nebel, so rum. Ich werde euch erzählen, wie es war, als ich in die Berge stieg. Ja, jetzt oder wenn ich dann da hingehe? Ich hoffe, dass ich da jetzt nichts... Ne, okay, jetzt wiederholt er sich. Ich werde euch erzählen, wie es war, als ich in die Berge stieg. Er kündigt das an, aber er zählt dann dazu nichts. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht auch wieder irgendein komischer Übersetzungsfehler ist. Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Das hatte ich gerade vergessen, aber gut, dann können wir, ähm, jetzt wirklich mal hier rein und gucken, ähm, was Sefirot hier so treibt. Beziehungsweise, ob wir hier nicht vielleicht noch, ähm, die ein oder andere Erinnerung ausgekramt kriegen. So, wer bist du? Hm, ist Shinra hier, um die Monster loszuwerden? Und wer bist du? Ich heiße Zangan. Ich reise um die Welt und unterrichte Kinder in Kampfsportarten. Hey! Ich habe 128 Schüler in der ganzen Welt. In dieser Stadt habe ich eine Schülerin namens Tifa. Okay. Hast du Tifa? Was ist das denn für ein Deutsch, ey? Hast du Tifa? Ähm, ja. Tifa ist begabt. Sie wird einmal eine gute Kämpferin werden. Ja, das glaube ich auch. Das durften wir auch schon erproben. Guter Mann, da hast du wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich möchte ein paar Shinra-Techniken sehen. Und falls du irgendwas Nützliches siehst, kannst du vielleicht einige meiner Techniken anwenden. Also, viel Glück. Ja, ich habe dir wahrscheinlich viel zu opamäßig gesprochen, weil das bestimmt voll der knackige junge Trainer ist, der hier voll die Skills hat und eigentlich noch voll munter ist und so. Aber, ähm, nö. Er kann ja auch so eine Stimme haben, ne? Muss ja nicht jeder irgendwie so, weiß ich nicht, machomäßig klingen, nur weil er jung ist. So, hier will ich jetzt erstmal wieder gucken. Das sieht wieder aus wie ein Raum, wo man eigentlich eine ganze Menge mitgehen lassen könnte. Aber das Spiel bietet uns diese Möglichkeit leider nicht an. Tja, quatsche ich jetzt zuerst diesen komischen, äh, Typen an, der mir hier eine Übernachtung anbieten würde. Ich glaube, ich gehe zuerst zu Sephiroth. Und ich möchte die Dialogoption mit ihm jetzt eigentlich, ähm, sehr ungerne verpassen, nachdem ich da vorhin am Eingang schon so ein bisschen an ihm vorbeigelaufen bin. Was schaust du so? Diese Gegend. Ich habe das Gefühl, als würde ich diesen Ort kennen. Okay. Jetzt schweigt er. Wir müssen morgen früh aufstehen. Du solltest bald schlafen gehen. Hm. Es ist noch so früh. Ich werde dich morgen nicht wecken. Okay. Ich hoffe, wenn ich mich nämlich schlafen lege, dann, ähm, ist diese Erinnerung hier entweder vorbei oder wird dann entsprechend fortgeführt. Deswegen gucke ich mich sicherheitshalber hier nochmal um. Immerhin können wir uns hier auch mal so ein bisschen im Schlafgemach umsehen. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr exquisites Zimmer. Das ist allerdings auch das einzige Zimmer hier, ne? Das heißt, wenn verschiedene Gäste, die nichts miteinander am Hut haben, eine Übernachtung haben möchten, dann müssen die sich alle ein Zimmer teilen. So, da liegt irgendwas Schönes Grünes. Ich kann das aber leider nicht aufheben, auch wenn ich fast wieder geschätzt hätte, dass das eine Materia ist. Wir haben ein Bett zu wenig. Hä? Gar nicht. Achso, du meinst wegen deinem zweiten Wachenkumpel oder was? Ja, aber einer steht doch eh draußen und schiebt Wache oder warum haben wir ein Bett zu wenig? Also, ich zähl hier drei. Das ist Mais. Ich möchte bitte an der Wand schlafen. Neben mir, äh, schläft der schnucklige Sephiroth und da kannst du dann schlafen. Und der andere, der muss da vorne Wachen schieben. Hallo? Passt doch genau. Ich weiß gar nicht, was du hast, mein Freund. So, gucken wir mal, was er hier noch zu sagen hat. Also, wie kann ich dir helfen? Na, wo Sephiroth ist, wissen wir ja schon. Ich möchte ein Zimmer. Klär mich über die Lage der Stadt auf. Zur Lage der Stadt. In der Stadt. Im letzten Jahr sind viele Monster aufgetaucht. Ansonsten hat sich nicht viel geändert. In einer kleinen Stadt passiert nicht viel. Es war noch, als sie den Reaktor bauten. Als er im Bau war. Aber als er fertig war, ging's bergab. Innerhalb weniger Jahre gingen alle Bäume ein. Wer weiß, ob der Reaktor gut oder schlecht war. Hinterher ist es einfach zu kritisieren. Was kann man noch ändern? Auf jeden Fall müssen wir die Monster loswerden. Dann können wir aufatmen. Okay, warte mal, da gab's irgendwie noch, ähm... Genau, ich will mal gucken, was er sagt, wenn ich das hinnehme. Ich möchte ein Zimmer. Das geht klar. Es ist alles für Shinra-Leute reserviert. Aber wäre es dir nicht angenehmer, zu Hause zu sein? Ja, ist eigentlich eine berechtigte Frage, ne? Wenn die Leute mich hier kennen, als Einwohner quasi von Nibelheim, äh, würde ich das auch ein bisschen merkwürdig finden, wenn man mich dann als Hotelier, ähm, auf ein Zimmer ansprechen würde, als, ähm, alteingesessener Stadtbewohner. Na gut, dann legen wir uns mal, ähm, zur Ruhe. Ja, lass uns schlafen gehen. Ich habe eine Leiterin zum Makro-Reaktor engagiert. Ich hörte, sie ist noch jung. Ich hoffe, wir können uns auf sie verlassen. Ja, das hoffe ich auch. Wo rennt er denn jetzt hin? Ich dachte, wir wollten jetzt übernachten. Ach, das ist wahrscheinlich schon der nächste Morgen, schätze ich mal. So, und nun? Ach, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ich hab grad schon wieder auf so ein Dialogfenster gewartet. Glaubst du, die lassen mich ein Foto machen? Oh, der hat ja schon wieder, ey, hau mir bloß ab, du blöder Bengel, ey. Ich will mal kurz gucken. Ne, okay, hier werde ich jetzt wahrscheinlich wieder rausgeschmissen. Hätte ja sein können, dass wir jetzt vielleicht, ähm, uns die Häuser hier genauer angucken und dass das vielleicht belohnt wird, dass man das ein weiteres Mal probiert. Aber dem ist nicht so. Das heißt, wir schließen uns jetzt hier mal, äh, ja, dem Schnitzeljagdclub an. Hätte ich das gewusst, hätte ich das Bergsteigen verboten. Was denn genau? Was meinst du genau mit das? Irgendwie bist du mir sehr unsympathisch, obwohl du eine sehr sympathische und hübsche Tochter hast. Aber du gehst mir grad ganz schön auf die Ketten, wenn ich ehrlich bin. Sobald die Leiterin da ist, machen wir uns auf den Weg. Okay, oh, ich glaub, da kommt sie. Wär zu, Sefirot, falls etwas passiert. Vertrau mir. Es wird schon gut gehen, Papa. Ah, das ist Tifa. Oh, der putzt sich aus mit ihrem Cowboy-Hütchen. Das find ich ja mal knuffig. Ich habe zwei Soldiers als Leibwächter. Ich heiße Tifa. Nett, dich kennenzulernen. Tifa, bist du die Leiterin? Stimmt. Ich bin zufällig die beste Leiterin in der Stadt. Es ist zu gefährlich. Ich lasse mich in sowas nicht reinziehen. Kein Problem, wenn du sie beschützt. Lass uns gehen. Hm? Oh, er will ein Foto machen. Ah, Gruppi-Modus an. Sefirot, darf ich ein Erinnerungsfoto machen? Um Gottes Willen. Tifa, kannst du auch für mich fragen? Tifa, kannst du auch für mich fragen? Ich habe schon wieder vergessen, was für eine Stimme der von mir bekommen hat. Keine Ahnung. Was, vor allen Dingen, was soll Tifa denn jetzt wen fragen? Wollt er die jetzt mit auf ein Foto haben oder was soll jetzt passieren? Ach, jetzt kommt Tatsache ein Gruppenfoto von denen zustande. Bitte lächeln. Oh, bekommen wir das mal zu Gesicht? Ich würde das total gerne mal in Groß sehen. Prima, Dankeschön. Ich wette, irgendwo im Spiel können wir das Foto finden. Jeder bekommt einen Abzug, sobald es entwickelt ist. Ist aber freundlich. Oh. Am Mount Nibel wurde ein Marko-Reaktor gebaut. Geht die Schrift jetzt von selber weiter oder muss ich? Ne, es geht von selber. Okay. Die kalte Bergluft von Nibel war die gleiche. Oh, es sieht echt toll aus. Richtig schön. Okay. Achso, jetzt befinden wir uns hier in den Bergen. Oh, cool. Wir können die Expedition jetzt hier also direkt mitmachen. Das ist ja geil. Ich dachte, das wird jetzt hier alles so als Rückblende erzählt. Aber wir spielen jetzt quasi... Warte mal, bin ich jetzt von hier gekommen oder ist da der richtige Weg? Ich bin gerade etwas verwirrt. Hier kommen wir aber nicht vorbei. Das heißt, da werden wir... Ah, doch. Hä? Okay, jetzt weiß ich erst recht nicht Bescheid. Ab hier wird es schwer. Mir nach. Okay, warte mal. Nein, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Ich gucke vorher, hatte ich noch die Chance zurückzugehen. Ach, Mann. Los, Beilun. Beilun. Was heißt das? Ich verstehe deinen Befehl nicht. Äußere dich in korrekter deutscher Sprache hier. Was soll das? Verstehe ich, was du mir sagst? Ich laufe jetzt so lange gegen dich und quatsche dich an, bis du mal hier ordentlich dein Wort vollständig rüberbringst. Aber gut, leider komme ich da jetzt nicht rüber. Mist eigentlich. Oh, die Brücke. Nein. 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 Hauptsache keine Quicktime-Events oder so. Da kriege ich ja richtigen Horror vor. Mann, ey, der arme Cloud, der ist aber auch nur am Fallen, ne? Auch als wir damals noch in diesem Makro-Reaktor geflüchtet sind, ist er ja auch schon in die Tiefe gestürzt. Er scheint das irgendwie ganz gut wegzustecken, ne? Im Vergleich zu, äh, ja, ich sag mal einem Normalsterblichen. Aber Cloud ist ja sowieso ein bisschen, äh, ja, ein bisschen was anderes. Es scheint keinem was passiert zu sein. Ist der Rückweg jetzt versperrt? Die Höhlen sind miteinander verbunden, wie Gänge im Ameisenhaufen. Oh, und Sephiroth, da schaut jemand zu, da scheint jemand zu fehlen. Es klingt hart, aber wir haben keine Zeit zum Suchen. Wir können nicht zurück. Weiter. Ab jetzt gehen wir gemeinsam. Oh mein Gott, ich habe Mr. Sephiroth in meiner Truppe. Mmh, mmh, wie cool ist das denn? Warum ist ein Tiefer hier nicht mit drin? Äh, wahrscheinlich, weil sie, ähm, noch keine, äh, Kämpferin zu dem Zeitpunkt war, sondern nur unsere, ähm, ja, unsere Reiseführerin quasi. Wir haben Präventivangriff als Materia. Wow, was hat er denn hier? Oh, er hat die Masamune. Ich glaube, das ist in, ähm, in Final Fantasy X die beste, ähm, Waffe von, von Auron, oder von Auron gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Wiederbelebung. Wow, ist auch schon gemastert. Kann er so dreimal nehmen, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Zauber Materia Genesung, auch gemastert. Alles hier wahrscheinlich. Zauber Materia Erde. Ähm, achso, das ist alle. Hitze hat er. Ich glaube, mit dem wird uns hier nicht wirklich viel passieren. Alle Gewitter, alle und Gelte. Joa, was soll da noch großartig schief gehen, ne? Also Cloud sollte sich einfach immer schön verstecken. Ähm, hinter Sephiroth und alles andere wird sich dann schon irgendwie regeln. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir hier einen kompletten Dungeon jetzt so richtig spielen, weil, ähm, weil wir ja hier auch, ich sag mal, wahrscheinlich, wenn das hier alles vorbei ist. Ähm, jetzt hab ich ganz vergessen, was ich sagen wollte. Wartet mal, Scheibgeschwindigkeit A. Wow, okay, ich glaube, ich brauch hier gar nichts machen. Ich find, der macht das schon echt gut. Ähm, ja, ich wollte grad sagen, wow, ey, sein Schwert ist aber echt total lang. Das hab ich vorhin nicht gesagt, weil ich irgendwie so einen primitiv-perversen Witz reißen wollte, sondern weil das einfach, ja, nun mal wirklich total lang ist. Ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier irgendwas behalten von dem, was wir hier erreichen oder finden. Hä, irgendwie hab ich grad voll den Knick in der Optik. Geht's hier irgendwo weiter? Also, wenn's hier weitergeht, dann seh ich da gerade keinen, ähm, Weg, der mit zur Verfügung steht. Und kann es sein, dass sich Sephiroth hier auch, ähm, autark irgendwie selbst steuert? Flach legen? Oh! Je! Habt ihr grad gesehen, wie der mich flach legen wollte? Habt ihr das gerade gesehen? Kyo will Dunst! Der springt einem ins Gesicht und hat hier die total perversen Angriffe. Wow, das sieht mal echt mega geil aus. Das will ich auch irgendwann lernen. Ich sollte vielleicht mal gucken, dass ich mich jetzt gleich wieder geheilt kriege. Aber der ist echt cool. Ich muss gerade die ganze Zeit irgendwie total fasziniert auf, ähm, auf seine Haare gucken. Ja, ich bin ja total der Langhaarfetischist, ne? Ich steh ja da total drauf und, ähm, das vereinnahmt mich gerade so ein bisschen, wenn ich immer sein wallendes Haar zu Kampfbeginn, äh, betrachten kann. Ja, die Frage ist, Leute, wo soll ich ihn jetzt hin? Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich auf die Spitze muss. Ach nee, das war ja versperrt, ne? Tifa hat ja gesagt, dass wir irgendwie durchs Innere müssen. Ach so, hier ist ein Weg. Ja, das habe ich schon wieder irgendwie gar nicht gesehen. Aber gut, intuitiv, ähm, habe ich das ja dann doch irgendwie gefunden. Ja, die machen mir irgendwie ein bisschen Angst, ne? Mit ihrer komischen Flachlegen-Attacke. Und die sind auch noch voll eklig, weil ich ja irgendwie generell Insektengegner irgendwie eklig finde. Wobei es in manchen Spielen ganz schöne Schmetterlinge gibt, muss ich dazu sagen. Ja, auch wenn das thematisch jetzt hier vielleicht nicht so unbedingt reinpasst. Aber ich glaube, ich bin der totale Sefirot-Fan. Also ich weiß zwar nicht, ob er jetzt, ähm, wenn wir jetzt hier wieder in die Gegenwart zurückhüpfen, ob er nicht eigentlich irgendwie böse ist oder so, aber ich mag ihn trotzdem. Was ist das? Eine geheimnisvoll leuchtende Höhle. Das muss die Marko-Energie sein. Dieser Berg hat besonders viel davon. Deshalb wurde hier der Marko-Reaktor gebaut. Okay, wo gehen wir jetzt zuerst lang? Wow, das sieht hier echt cool aus, muss ich sagen. Da links habe ich gerade schon gesehen, dass da ein Weg war. Das Ding ist, wenn ich wüsste, ob ich jetzt einfach nur durchlaufen müsste oder ob ich ja auch irgendwelche Items oder so finden kann, dann würde ich halt anders vorgehen. Aber jetzt habe ich schon wieder irgendwie so die Panik, irgendwas auszulassen. Ich gehe mal erst mal hier hin. Achso, hier ist gar nichts. Hä, hier ist gar nichts? Ist ja doof. Okay, na dann bleibt mir ja nur noch der obere Weg. Denn, ähm, die Maschinen kam ich da jetzt hier so mittig links gar nicht hin. Das war auch oben alles abgesperrt. Wow, okay, die kennen wir. Also die erste Form von denen. Doppelhören. Total das Pendant zu Doppelherz oder so. Aber ja, ich finde es immer schön, wenn Sifirot gleich immer anfängt hier mit seiner Mega-Attacke. Ja, ich hoffe irgendwie, dass sich dieser Charakter so entwickelt, dass ich ihn am Ende des Spiels immer... Achso, ich komme hier doch durch. Dass ich ihn am Ende des Spiels, ähm, mögen kann. Also ich hoffe, dass, ähm... Wo bin ich? Oh Gott, ich komme mir hier gerade überhaupt nicht klar. Was ist denn das hier bitte für ein Durcheinander? Okay, das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, ich sollte einfach mal den Weg da nach oben und durch die Höhle und dann hier einfach geradeaus weiter. Ähm, ja, das finde ich immer schade. Ich weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt, weil in anderen Spielen, ähm, wenn man dann anfängt, ein Charakter... Uh, Downstairs, da war wohl jemals zu faul zum Übersetzen, oder was ist hier los? Oh, jetzt sehen wir Beben zum ersten Mal. Ja, sieht gut aus, hat mir echt gut gefallen, aber nicht so schön wie diese komische Eis-Attacke. Ja, diese Situation, wenn man, ähm, einen Charakter anfängt irgendwie total zu mögen in einem Videospiel und man dann am Ende total enttäuscht ist, weil sich ausgerechnet dieser Charakter dann als Betrüger entpuppt oder irgendwie sein Charakter, ähm, so verändert, dass man den am Ende dann vielleicht nicht mehr mag. Sowas finde ich dann immer total schade. Und bei Sephiroth, ähm, weiß man eben zu dem Zeitpunkt nicht zu 100 Prozent, ob das eher ein guter Bengel oder ein böser Bengel ist. Aber die Grafik hier ist echt cool. Und was ist das? Ein Markobrunnen, das ist ein Wunder der Natur. Er ist so schön. Ja, da stimme ich mit ihr überein. Richtig klasse, richtig toll. Ich finde das auch toll, wie die Wurzeln hier so grafisch dargestellt sind und die Bäume hier insgesamt. Wenn der Markoreaktor weiter die Energie aufsaugt, dann trocknet dieser Brunnen auch aus. Mhm. Okay, können wir das irgendwie stoppen? Oh, guck mal, tiefer in Nahaufnahme. Materia. Wenn man Makroenergie kondensiert, dann entsteht Materia. Man sieht Materia nur selten in ihrem natürlichen Zustand. Übrigens, warum kann man, wenn man Materia benutzt, auch Zauberkräfte verwenden? Du warst Soldier und weißt nicht einmal das? Das Wissen und die Weisheit des alten Volkes ist in der Materia enthalten. Wer dieses Wissen besitzt, kann frei über die Kräfte des Landes und des Planeten verfügen. Das Wissen hat eine Wechselwirkung zwischen uns und dem Planeten und beschwört Zauberkräfte herauf, zumindest wird das behauptet. Zauberkräfte, eine geheimnisvolle Kraft. Was macht tiefer da? Hahaha. Guck mal, Sefirot lacht, aber hat trotzdem seine Mundwinkel nach unten gezogen. Ne, das ist eine Kunst in der Gesichtsmimik, die beherrscht nicht jeder. Also ich kann das, glaube ich, nicht. Habe ich was Witziges gesagt? Ein Mann sagte mir einmal, ich solle nie einen unwissenschaftlichen Begriff wie geheimnisvolle Kraft benutzen. Es sollte nicht einmal Zauberkraft genannt werden. Ich weiß heute noch, wie wütend er war. Wer war das? Hojo von Shinra Incorporated, ein unerfahrener Mann, der die Arbeit eines berühmten Wissenschaftlers übernehmen sollte. Oh ja, sehr interessant, wie sich jetzt diese ganzen Lücken schließen, auch in Bezug auf die Person, die wir bisher schon über den Weg gelaufen sind. Finde ich sehr gut gemacht. Er war voller Komplexe. Ja, das hat sich ein bisschen abgezeichnet. Ein Markobrunnen, das ist also das Wissen des alten Volkes. Ja, gut, dass tiefer sich auch mal wieder erhebt und da aus dieser komisch geduckten, gebückten Haltung wieder entschwindelt. Oh, das ist jetzt hier, glaube ich, ein sehr imposantes Exemplar eines Marko-Reaktors. Die kennen wir ja inzwischen ganz gut, so aus den ersten Folgen zum Beispiel. So komme ich jetzt hier wieder zurück, ja. Aber das bringt mich sowieso nur zur Höhle. Unterwegs sehe ich jetzt auch nichts, was man irgendwie mitnehmen kann. Also dadurch, dass wir hier auch generell bisher keine Truhen oder so aufsammeln konnten oder generell kein Item hier aufzuheben war. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich glaube, ich habe vorhin einen Geheimgang gefunden. Ach nee, man kann einfach nur die Felswand einmal umkreisen. Ja, gut, na dann. Ich wusste bis gerade eben auch gar nicht, dass wir hier noch Zufallskämpfer haben. Aber das macht echt Spaß, diesen Kämpfen hier zuzugucken. Also so könnte das von mir aus immer laufen. So mit, ja, Kampf beginnt. Einfach mal Pet quasi zur Seite legen und dann gucken, was der hübsche Sephiroth so alles macht. Ach, hier ist eine Tür. Guck mal, die habe ich vorhin irgendwie gar nicht gesehen. Aber betreten kann ich die leider nicht. Ich dachte, ich habe hier total den Geheimgang entdeckt. Aber irgendwie, ja, Pustekuchen, ne? Gehen wir mal direkt in den Reaktor rein. Oh, interessante Ansicht, muss ich ja mal sagen. Endlich haben wir es geschafft. Aber wir haben es ganz schön umständlich gemacht. Tiefer, warte hier. Ich gehe auch rein. Ich will es sehen. Oh, oh, ich glaube, Claude ist darüber alles andere als amused. Nur autorisierte Leute dürfen rein. Hier lagern die Firmengeheimnisse von Shinra. Aber pass auf die Lady auf. Mhm, ich glaube, das macht er ganz gerne. Obwohl nicht, ich kann mir vorstellen, dass sie echt ziemlich anstrengend sein kann. Hm, Mann. Ist schon wieder fast total knuffig. Wie sie da total, total eingeschnappt davon dackelt. Dann pass lieber gut auf mich auf. Oh ja, ich glaube, das macht er wiederum sehr gerne. So, wow. Okay, das sieht hier irgendwie ganz schön gefährlich aus. Oh, Sefirot ist irgendwie schon ein bisschen weiter. Können wir ihm irgendwie auf die Birne springen oder so? Nee, wahrscheinlich nicht. Ey, aber wenn er jetzt da ist... Nee, gut, er ist immerhin noch mit uns in einer Gruppe. Da wollte ich nämlich gerade sagen. Das wäre nämlich ansonsten ein bisschen blöd, wenn ich jetzt hier alleine kämpfen müsste. Ich bin so dumm. Ich frage mich die ganze Zeit, warum geht es denn da nicht weiter? Dabei ist ja hier ein Weg, den man noch entlang... Ja, ich wollte gerade sagen, entlang laufen kann. Nee, den können wir aber irgendwie entlang springen bzw. klettern. Und ja, da müssen wir auch gleich mit Sefirot auf Augenhöhe sein. Ich gucke trotzdem noch mal, ob hier irgendwas ist. Ich frage mich auch, ob wir hier Zufallskämpfe haben. Aber gut. Diesen Ort hier an den erinnere ich mich auch noch. Das war im ersten Marco Reaktor. Da ist hier irgendeine Szene eingeblendet worden. Ich weiß allerdings nicht mehr, was sich da genau abgespielt hat. Ich glaube aber, da ist Tifa auch mit dabei gewesen. Aber gut, vielleicht wird das jetzt hier auch aufgeklärt. Ich meine, diese andere Szene, die wir da vorhin gesehen haben mit der Mutter, die haben wir ja auch vorher schon mal gesehen und haben uns die jetzt gerade eben, gerade eben, also vorhin halt komplett angucken können. Vielleicht wird hier auch ein bisschen Klarheit reinkommen. Also die visuelle Abwechslung in diesem Spiel, die ist einfach nur total famos. Wirklich, jeder Ort sieht so komplett anders aus. Das ist der absolute Wahnsinn. So, das ist Genova, oder? Das Schloss geht nicht auf. Was ist Genova? Ii, was genau jetzt? Ich will das irgendwie gar nicht wissen. Wenn ich mir so die Umgebung angucke, ist das gerade irgendwie ein bisschen unappetitlich. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Also da bin ich für jede Info dankbar, die mir das Spiel jetzt hier noch mit auf den Weg gibt. Und deshalb die Funktionsstörung. Dieses Teil ist kaputt. Goya, schließ das Ventil. Okay. Ich wollte gerade sagen, hallo, kannst du mal bitte sagen, aber Sefirot darf mich so herumkommandieren. Das ist bei ihm in Ordnung, ne? Ich bin ja hier als der kleine Cloud sowieso nichts weiter als sein Lakai. Ist das Ventil zu? Ne, warte, jetzt. Also, wenn ich jetzt hier nichts falsch gemacht habe und es nicht noch einen anderen Schalter gab, der eigentlich viel richtiger ist und so. Warum ist das kaputt gegangen? Okay, hängt er sich da gerade ernsthaft ran und hat da durchgeguckt? Ich würde dich ja nicht auslachen, aber das sah gerade irgendwie ein bisschen putzig aus, Sefirot. Jetzt verstehe ich, Hojo. Aber selbst wenn du das machst, da reihst du nie die gleiche Ebene wie Professor Gast. Oh, ein neuer Name. Das System kondensiert und gefriert die Makroenergie, wenn es funktioniert. Was wird aus der Makroenergie, wenn sie so kondensiert wird? Äh, hm, oh ja, sie wird zu Materia. Ja, normalerweise, aber Hojo hat was anderes da reingetan. Schau mal. Okay, irgendwie habe ich gerade ein bisschen Angst, ey. Dieser Hojo, der ist mir sowieso nicht ganz geheuer. Ja, wo soll ich denn schauen? Wenn ich drücke, dann tut sich da nichts. Schau durchs Fenster. Achso, doch, jetzt. Okay. Ich habe eigentlich den richtigen Knopf gedrückt. Ich stand wahrscheinlich gerade eben nur falsch. Oh Backe. Oh Backe. Das sah echt extrem uncool aus. Was ist das? Soldiers werden mit Makro übergossen. Ihr seid anders, aber immer noch menschlich. Aber was sind die? Sie wurden viel mehr Makro ausgesetzt als ihr. Okay. Ist das eine Art Monster? Ja, das will ich ja mal meinen. Also ich will es auf jeden Fall töten. Egal, ob es gut oder böse ist. Es war einfach mal total furchteinflößend, ja. Genau. Und Hojo von Shinra hat diese Monster gemacht. Mutierte, mutierte, lebendige Organismen mit Makroenergie produziert. Das sind diese Monster wirklich. Normale Soldier? Heißt das, du bist anders? Oh oh, ich habe jetzt Kopfweh. Hey, hey, Sephiroth. Ne, nein. Wurde ich... Okay, aua. Hallo, hörst du mal auf hier? Wurde ich auch so gemacht? Okay, also ich meine, wenn er sich jetzt in so einer Identitätskrise befindet, kann ich das nachvollziehen. Aber er muss mir trotzdem hier nicht irgendwie meine Haare schneiden. Bin ich so wie all diese Monster? Sephiroth. Oh oh, können wir ihn trösten? Ich traue mich gerade nicht in seine Nähe. Du hast doch gesehen, sie waren alle Menschen. Menschen? Unmöglich. Seit ich klein war, habe ich immer gedacht, dass ich anders als die anderen bin. Irgendwie besonders. Aber nicht so. Oh oh, nee, ey, von sowas kriege ich ja mal ganz schnell Albträume. Oh nee, ey, wie... Du brichst aus. Oh Gott. Oh, wie eklig. Oh Gott, wie furchtbar. Also diese Fratze. Ich habe ja so ein echtes Problem mit Fratzen, ne? Also ihr wisst ja schon, dass ich wahrscheinlich total der Angsthase bin, aber das ist echt gruselig gewesen. Bin ich ein Mensch? Ich habe damals nicht verstanden, was Sephiroth meinte. Ich war fassungslos, dass Shinra Ungeheuer produziert. Wow. Verdammte Shinra, je mehr ich darüber höre, desto mehr hasse ich sie. Wer hätte gedacht, dass der Makoreaktor ein solches Geheimnis bergen würde? Das würde erklären, warum es in letzter Zeit so viele Ungeheuer gibt. Ich glaube, wir sollten Goya genau zuhören. Findest du nicht auch, Barrett? Warum sprichst du mich an? Oh Gott, auf jeden Fall will ich das Spiel speichern. Ja, kann sein. Wollen wir hier rasten? Warte mal, ich wollte aber eigentlich die Geschichte noch zu Ende hören. Also, nee, kann ich auch... Nein, nein. Ich dachte eigentlich, dass er mir jetzt Speichern anbietet, und dass ich mir danach dann den Rest irgendwie anhören kann. Also, so ist jetzt eigentlich mein Plan gewesen. Warte mal, wo hatte ich den zuletzt gespeichert? Ähm, hier... Wow, ey, wir haben schon über 14 Stunden zusammen. Nicht schlecht, Herr Specht, nicht schlecht. Tifa, du hast also draußen gewartet? Ja. Wir kehrten nach Nibelheim zurück. Sefirot schloss sich im Gasthaus ein. Er versuchte nicht mal, mit mir zu reden. Und plötzlich war er verschwunden, stimmt's? Wir fanden ihn im größten Gebäude in Nibelheim. Die Bewohner nannten es die Shinra-Villa. Vor langer Zeit lebten Leute von Shinra in diesem Haus. Okay. Wow, finde ich gut. Vielleicht wird dann damit die ein oder andere offene Frage noch geklärt werden. Geklärt werden? Ist das richtiges Deutsch? Ja, wow. Also, ich werde danach auf jeden Fall erstmal richtig viel Story-Inhalt sacken lassen müssen. Das ist jetzt die Villa, wo wir vorhin nicht reingekommen sind. Und genau, habt ihr gerade gesehen, als ob Cloud meine Frage verstanden hätte und das abgenickt hätte. Das war gerade irgendwie total putzig. Wow, das ist mal eine sehr imposant aufgemachte Villa. Ich hoffe mal, dass es hier nicht spukt und dass wir jetzt hier nicht uns mit irgendwelchen Gegnern konfrontiert sehen müssen. Denn auf Zufallskämpfe habe ich jetzt so ohne Sefirot ehrlich gesagt nicht so wirklich viel Bock. Ich bin auch echt gespannt, ob wir Sefirot irgendwann mal als festen Kämpfer mit in unserem Trupp haben. Oder ob er immer nur so eine Figur aus der Erzählung oder aus der Geschichte herausbleiben wird. Wow, okay, diese Tür war gerade extrem einfach zu übersehen. Habt ihr das gerade gesehen? Also, man hat die Tür von außen eigentlich fast gar nicht gesehen. Ich gucke mir das gleich nochmal an. Tja, auch hier wieder die Frage, ne? Kann man hier irgendwas durchsuchen? Ich werde das zumindest bei Schränken mal probieren, ob ich hier irgendwas öffnen kann. So kann ich hier auch spielen. Oh! Okay, okay, okay. Nö. Mach ich nicht, mach ich nicht, mach ich nicht, mach ich nicht. Das könnt ihr dann bitte gerne selber spielen. Es sei denn, ich wette mit euch, dass die Entwickler das hier wieder irgendwie so eingebaut haben, dass wenn man irgendeine bestimmte Melodie spielt, vielleicht die, die wir auch in Tiefers Haus gespielt haben, dass man da vielleicht irgendwas bekommen würde oder irgendwas triggern würde. Aber ich hab mir dazu leider keine Notizen gemacht. Deswegen weiß ich leider nicht mehr, was das für ein schmuckes Liedchen war, nachdem wir ihr da ihre Unterwäsche geklaut haben. Ich finde das immer noch irgendwie total witzig. Ja, da hat man schon mal so eine Möglichkeit, mal so ein bisschen in die Vergangenheit zu reisen. Und was macht er dann? Was macht der gute Cloud draus? Er durchstöbert die Schränke seiner Freundin. Also Freundin im freundschaftlichen Sinne natürlich nur, ne? Ähm, ich glaube Leute, ähm, ohne dass ich euch jetzt verrate, muahaha, ich will euch ja diesmal ausnahmsweise nicht spoilern, aber ich glaube, ich hab mich jetzt für eine von beiden Frauen entschieden. Und, ähm, wenn jetzt hier nicht noch irgendwas, ähm, passieren wird im Laufe, ähm, der nächsten Parts oder bis es eben zu finalen Entscheidungen kommen wird, ähm, werde ich dabei auch erstmal bleiben. Ich hab jetzt so im Laufe dieser doch sehr langen Aufnahmesession und die ist ja noch nicht mal zu Ende, ähm, so ein bisschen für mich abgewogen, bin so ein bisschen in mich gegangen, hab Vor- und Nachteile so parallel zu meinem ganzen Gequatsche und Abgesuche, ähm, abgewogen und ja. Ich würde euch ja fast gerne sagen, wer das ist, ne? Aber ihr spoilert mich nicht in Sachen Story und ich, äh, verrate euch auch nicht, was in meinem Kopf vorgeht. Also doch zu 99% schon, aber nicht in diesem Thema. So, hier ist ein Safe und daneben, ähm, ist ein Schlüssel, der da hängt. Warum kreizig, klaut jetzt nicht diesen Schlüssel und guckt, was man da plündern kann? Das wird wahrscheinlich nur er wissen oder seine Entwickler, seine Schöpfer. Wow, ich bin diesmal sogar die richtige Reihenfolge hier abgelaufen, denn da unten habe ich gerade schon ein Persönchen gesehen. Ich will trotzdem gucken, ob wir hier nicht irgendwas mitnehmen können. Mann, hier liegt so viel Kram rum, steck doch deine ganzen Taschen voll, beziehungsweise stopf sie voll und nicht steck sie voll. Was ist das denn? Oh Gott, da geht's in den Keller. Ich glaube, ich spreche erstmal mit der Person. Ich hoffe, dass ich danach noch die Möglichkeit kriege, da runter zu gehen und dass ich jetzt hier nicht direkt wieder rausgeschmissen werde nach diesem Gespräch. Schauen wir mal. Keine Spur von Sephiroth, aber er hat diesen Raum betreten. Tja, vielleicht ist er hier entschwunden in diese stille Kämmerlein, was uns wahrscheinlich mitten in die Hölle führt. Äh, ja, also in die Hölle würde ich jetzt durchaus auch gerne gehen, allerdings bitte nur mit meinem Kumpel Sephiroth und seinem überaus starken Schwert, denn ich glaube, ich bin ansonsten hier zu schwach. Okay, mit Hölle und Hölle lag ich, glaube ich, nicht ganz falsch. Das ist hier echt ein bisschen, bisschen gruselig, ne? Wow, ich hoffe einfach, dass wir keine Gegner finden. Also wenn hier keine Gegner kommen, dann ist alles im Lot. Dann gucke ich mir das auch sehr gerne an. Da oben ist eine Tür. Und hier rechts ist auch eine Tür. Ich würde mal sagen, ich gucke mir zuerst die hier an. Achso, hier komme ich gar nicht durch. Das ist natürlich doof. Da liegt irgendwie so ein heller Knochen oder sowas. Hm, okay, also da kann ich nichts machen. Hier komme ich allerdings durch. Wow, was das denn für ein cooles Labor. Ein scheinbar toter Organismus wurde in einer 200 Jahre alten geologischen Schicht gefunden. Professor Gass nannte den Organismus Genova. X Jahr, X Monat, X Tag. Genova als Angehörige des alten Volkes bestätigt. X Jahr, bla bla, Genova-Projekt gebilligt. Marco Reaktor 1 zur Inbetriebnahme zugelassen. Okay, ich kann mich immer noch nicht bewegen. Wow, ist ja ein cooler Winkel. Ich finde diesen ganzen Ort hier irgendwie gerade total geil. Also so, ich stehe auf Bibliotheken und so, ähm, Labore mit so vielen Reagenzgläsern und so. Das ist immer so total faszinierend für mich. Meine Mutter heißt Genova. Genova-Projekt. Ist das ein Zufall? Professor Gass, warum haben Sie mir nichts gesagt? Warum sind Sie gestorben? Tja, ob wir darauf noch Antworten finden werden. Ich glaube fast ja, so wie ich das Spiel nach meinen bisherigen Erfahrungen einschätzen würde. Und ja, ich wette mit euch, dass ich auch hier nichts aufsammeln kann, weil wir uns halt immer noch in dieser Rückblende befinden. Na gut, schauen wir mal, was er uns jetzt noch sagen wird. Ob er überhaupt erfreut sein wird, uns zu sehen. Ich glaube irgendwie fast nicht. Wusste gar nicht, dass ich mich jetzt ja auch wieder bewegen kann. Lass mich in Ruhe. Okay, aber an ihm vorbeikomme ich noch. Ich wollte gerade sagen, was soll ich denn als nächstes machen? Oh, wie schön. Also ein bisschen unaufgeräumt, aber trotzdem total schön. So ein Lesezimmer will ich auch irgendwann haben. Wenn ich mir jemals in meinem Leben ein Haus finanzieren kann, dann will ich auch so ein richtig schönes Lesezimmer mit so einem richtig Oldschool-Tisch mit solchen richtigen Oldschool-Regalen und einfach ein ganzes Zimmer voll mit Büchern. Ich habe jetzt schon in meiner Wohnung kaum Platz, um meine ganzen Bücher unterzubringen, aber ich werde trotzdem weiterhin welche kaufen. Ich mag Bücher einfach unglaublich gerne. Ich frage mich, ob die Leute in 20, 30 Jahren Bücher überhaupt noch kennen werden. Aber gut, hier gab es jetzt nichts zu holen. Wie geht es denn jetzt weiter, Sefirot-Schätzelein? Jetzt sag mir doch, wo ich hin soll. Einfach wieder zurück? Ja, ich würde mal sagen, was anderes bleibt uns jetzt sowieso nicht übrig. Ich bin der Meinung, dass ich ja eigentlich alles ganz gut abgesucht hatte. Ich dachte vielleicht, dass wir vielleicht ein Buch oder so lesen können oder hier vielleicht noch so ein bisschen Background-Informationen einholen können. Aber offensichtlich ist dem nicht so. Sefirot war nicht aus der Shinra-Villa gekommen. Okay, ja, er ist halt mit Lesen beschäftigt, was ich durchaus auch nachvollziehen kann. Er lasst weiter wie besessen und das Licht ging kein einziges Mal aus. Kann ihm irgendwie schon ein bisschen leid tun, der arme Bengel. Ich meine, also bis zu dem Zeitpunkt wirkt er auf mich nicht wie ein böser Mensch oder Charakter. Okay, wir haben in der Villa jetzt übernachtet oder was? Warum wird die Musik so bedrohlich? Das finde ich gerade nicht schön. Hauptsache keine Zufallskämpfe, Leute. Ich möchte nicht mit Cloud alleine hier gegen irgendwelches Mistviehzeug kämpfen, bitte. So, ich gehe mal eben kurz in die Eingangshalle und gucke mal, ob sich da irgendwas getan hat. Guck mal, es sieht aus, als ob hier irgendwo auf dieser Treppenhalterung oder wie das heißt, dieses, ja wie heißt denn dieses Teil, wo man sich da immer festhalten kann, damit man nicht stürzt oder so. Ähm, ja, das sah aus, als ob da ein Item drauf lag, welches man irgendwie aufsammeln kann. So, die drei versperren uns hier irgendwie den Weg. Solange wir nicht wissen, ob dort eine Gefahr laut, gehen wir keinen Schritt weiter. Es gibt nichts, was dieser Stadt schaden könnte, oder? Äh, warum? Warum fragst du? Ähm, Shinra-Typen kamen, um alle Informationen, die für die Firma peinlich werden könnten, zu vernichten. Man hört einiges, wenn man so viel reißt wie ich. Okay, auf keinen Fall. Ist bis jetzt zufrieden? Wegen Sefirot, äh, er würde das niemals tun. Oh je, du hast wirklich Vertrauen. Und, ja, hab ich auch eigentlich, hab ja gesehen, wie er kämpft, ne? Und er scheint mir auch ansonsten ein recht kluger Bengel zu sein. Na gut, dann, äh, möchte das Spiel jetzt wahrscheinlich, dass wir uns nochmal zu ihm hinbegeben. Und irgendwie hab ich ein ganz ungutes Gefühl, auch wegen der Musik, oder gerade wegen der Musik. Sefirot wirkt verändert. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich meine, er war ja gerade eben schon nicht so die frohe Natur. Vielleicht hat er sich auch zu was Positivem verändert. Vielleicht soll uns die Musik auch einfach nur verwirren. Aber so optimistisch bin ich dann leider doch nicht. Vielleicht komme ich ja jetzt durch diese zweite Tür hier. Von vorhin. Ne, ist immer noch versperrt. Aber wer weiß, wie lange noch. Wer weiß. Ha, ha, ha. Okay, ich glaub, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Also wenn jemand hier komplett alleine ist und anfängt irgendwie laut loszulachen, dann ist das, glaube ich, kein gutes Zeichen. Es sei denn, Alice, ein witziges Buch. Wer ist da? Hm, Verräter. Verräter? Du dummer Verräter, ich werd's dir sagen. Dieser Planet gehörte ursprünglich den Cetra. Die Cetra waren eine Nomade, eine Nomaderasse, heißt das nicht Nomadenrasse? Sie zogen umher, ließen sich auf den Planeten nieder und zogen wieder weiter. Am Ende ihrer schweren, harten Reise würden sie das verheißene Land und höchste Glückseligkeit finden. Aber es kamen welche, denen die Reise nicht passte. Sie hörten auf, umherzuziehen, bauten Unterkünfte und entschlossen sich für ein leichteres Leben. Sie nahmen, was die Cetra und der Planet aufgebaut hatten und gaben nicht das Geringste zurück. Das sind deine Ahnen. Oh, wow, Sephiroth. Vor langer Zeit suchte eine Katastrophe dem Planeten heim. Deine Ahnen flüchteten, sie überlebten, weil sie sich versteckten. Der Planet wurde durch das Opfer der Cetra gerettet, danach vermehrten sich deine Ahnen immer mehr. Jetzt sind von den Cetra nur noch diese Berichte übrig. Was hat das mit dir zu tun? Kapierst du nicht? Ein Angehöriger des alten Volkes namens Genova wurde in der 2000 Jahre alten geologischen Schicht gefunden. Das Genova-Projekt. Das Genova-Projekt sollte Menschen mit den Kräften des alten Volkes, nein, der Cetra, erzeugen. Und dabei wurde ich produziert. P-P-Produziert? Da ist mir gerade selber fast ein Kloß im Hals stecken geblieben. Ja. Der Leiter des Genova-Projektes und geniale Wissenschaftler, Professor Gast, produzierte mich. P-Produziert? Wie hat er... P-Produziert? P-Produziert? Aus dem Weg. Ich gehe zu meiner Mutter. P-Produziert? Wow, okay. Ich weiß gerade nicht, ob es irgendwie jetzt so gesund ist, ihn auf die Menschheit loszulassen. Wow, das ist natürlich richtig mies. Also wenn unsere Ahnen jetzt schuld dran sind, dass die Cetra quasi ausgestorben sind und die im Grunde genommen nur deshalb ausgestorben sind, weil wir uns so feige zurückgezogen haben und das Ganze vielleicht ein bisschen hätten beeinflussen können, dann ist das schon echt hart. Nur die Frage ist natürlich, inwiefern kann man Cloud als Einzelnen daraus jetzt einen Vorwurf machen. Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich kann mir vorstellen, dass das für Sephiroth natürlich hart ist, vor allen Dingen kurz nachdem er das erfahren hat. Und ich glaube, die Wut auf uns ist gar nicht mal so seine erste primäre Emotion, sondern ich glaube eher die Tatsache, wie er quasi geschaffen wurde, belastet ihn weitaus mehr. Okay, der Typ, der hier vorhin stand, der ist hier nicht mehr. Hoffentlich ist er keinem wütenden Sephiroth über den Weg gelaufen, denn ich glaube, das würde einen sehr unschönen Ausgang für ihn bedeuten. Ach, du heilige Scheiße. Wow. Okay, das trifft mich gerade echt wie so ein Schlag ins Gesicht, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber okay, das ist dann wahrscheinlich Sephiroths Rache, würde ich mal sagen, ne? Hey, ist da jemand? Ja, ich weiß noch nicht, ob ich zu dir komme wegen dem ganzen Feuer. Ah, du bist es, bist du noch bei Verstand? Dann komm und hilf mir. Oh Gott, ich hoffe, wir sind keine Menschen umgekommen, aber ich glaube, genau das wird die Intention von Sephiroth gewesen sein, als Rache für das, was die Setra erleiden mussten. Oh Backe, ey. Ich sehe in diesem Haus nach. Du nimmst das da. Ich weiß zwar nicht, welches du meinst, aber ich glaube, du meinst das hier rechts von mir, also quasi mein Haus. Und hier ist bestimmt auch unsere Mutter jetzt tot, oder? Sephiroth. Oh Gott, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, unsere Mutti werden wir jetzt hier nicht mehr lebend antreffen. Oh Mann, ey. Wow, ich bin echt immer noch total baff von dem Feuer. Schrecklich. Sephiroth, das ist zu schrecklich. Ich finde dafür echt gerade gar keine Worte, ey. Ich will gar nicht wissen, was in dem armen Cloud jetzt vorgeht. Ja, da muss er sich auch noch angucken, wie seine Leute abgeschlachtet werden. Ja, super. Wow, okay. Ich bin jetzt emotional echt total hin und her gerissen, weil ich mich vorhin noch gefragt habe, ob ich ihn vielleicht bis zum Ende des Spiels mögen kann. Ich sag mal, ähm... Also eigentlich ist das ja nur Rache. Ne, das ist ja das einzige Motiv, was er jetzt hier irgendwie hatte. Wenn ich da jetzt nicht noch irgendwas vergessen habe. Und wahrscheinlich auch ein bisschen Verzweiflung und Kummer. Aber das ist doch schon ganz schön radikal, was er jetzt hier als Maßnahme für sich beschlossen hat. So, und jetzt sind wir hier wieder in dem Reaktor. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt nochmal bis ganz ans Ende müssen. Und ich meine, wir sind beim letzten Mal, als wir hier das Ende erreicht haben, mittendrin wieder rausgezogen worden. Und... Okay, das ist nämlich genau diese Szene. Oh Mann, ey. Wow, das ist echt... Das ist echt ganz schön harter Tobak, wie ich finde. Papa. Sephiroth. Sephiroth hat dir das angetan, oder? Sephiroth, Soja, Shinra, Mako-Reaktoren, ich... ...hasse sie alle. Okay, ich weiß natürlich nicht, umwiefern tiefer er jetzt so in die Details eingeweiht ist. Ich glaube gar nicht, denn wir haben das ja von Sephiroth erfahren. Und sie kennt wahrscheinlich seine Motive nicht. Und auch wenn seine Motive vielleicht grob gesehen nachvollziehbar sind, so kann ich das trotzdem nicht gutheißen, was hier passiert ist. Ganz im Gegenteil. Eigentlich regt mich das gerade richtig auf. Und ich ärgere mich gerade insgeheim ein bisschen, dass ich Sephiroth vorher so toll fand, weil... Ne, ich muss da, glaube ich, erstmal eine Nacht drüber schlafen. Ich muss das irgendwie erstmal sacken lassen, so. Ja, ich wollte gerade sagen, er spricht nicht mehr mit uns, aber das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Oh, da ist er ja. Oh, Backe. Mutter, ich will dich besuchen. Bitte, mach die Tür auf. Ach, du Scheiße. Wie konntest du das Papa und allen Stadtbewohnern nur antun? Oh, oh, leg dich lieber nicht mit ihm an. Oh, tiefer, das ist, glaube ich, gar keine gute Idee. Wow, okay, das... Ist klar, dass sie das jetzt überlebt, ne? Einfach mal zweimal mit der Wirbelsäule gegen die Treppe krachen und vorher noch aufgeschlitzt werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bekommen wir Genova jetzt hier auch zu Gesicht. Mich würde ja echt mal interessieren, wie dieses etwas aussieht. Aber wir wissen ja, dass die Eva überlebt hat, deswegen ist das jetzt hier nicht so mega, ja, nicht so mega dramatisch. Du hast es versprochen. Du hast versprochen, mir zu helfen, wenn ich in der Klemme stecke. Okay. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht tot ist und das... Ne, sie hat ihre Augen offen. Oh, guck mal, wie traurig sie guckt. Och Mann, ey. Wow, das ist gerade echt alles so mies. Ja, ich werde ihr auch helfen. Also ich glaube, spätestens jetzt ist Cloud sowieso nicht mehr hier Best Friend mit Sefirot und ich glaube, der ist jetzt auch nicht mehr so das große Vorbild. Also wenn ich sehen würde, wie meine Heimat in Flammen aufgeht, meine Mutter daran womöglich stirbt, dann... Ist das Genova? Boah, ich habe gerade echt irgendwie total die Gänsehaut, ey. Aber sie hat ja einen Kopf, das kann sie ja eigentlich nicht sein. Oh, wow. Mutter, lass uns zusammen diesen Planeten zurückbringen. Ich habe eine gute Idee. Komm mit zum verheißenen Land. Sefirot. Meine Familie, meine Heimatstadt, wie konntest du ihnen das antun? Hm, ich habe irgendwie so eine blöde Befürchtung, was jetzt kommt. Hahaha. Sie sind zurückgekommen, Mutter. Mit ihrer überlegenen Macht, ihrem Wissen und ihren Zauberkräften war Mutter zur Führerin dieses Planeten bestimmt. Aber sie... Diese nutzlosen Kreaturen stehlen den Planeten von Mutter. Aber nun bin ich bei dir. Mach dir also keine Sorgen. Ach du heiliger Bimbam, was passiert hier? Was zum Teufel ich... bin... Okay. Wer oder was ist das eigentlich? Der Name, der fällt hier andauernd... Ist Clouds Schwert irgendwie abgebrochen? Oder sieht das hier nur so aus? Was ist mit meiner Trauer? Meine Familie, Freunde, die Trauer darüber, dass mir meine Heimatstadt weggenommen wurde? Das ist genauso schlimm wie deine Trauer. Ich bin die Auserwählte. Ich wurde ausgewählt, diesen Planeten zu führen. Ich dachte eigentlich, dass das Sefirot sagt. Hä? Okay, das klang für mich gerade, als ob Chinova das gesprochen hätte, aber egal. Mir wurde befohlen, deine Leute auf dem Planeten zu vernichten. Ich habe nur meine Ehre. Ihr seid doch alle irgendwie nicht mehr ganz sauber in der Birne. Sefirot, ich habe dir vertraut. Nee, das Schwert ist doch nicht abgebrochen. Nein, du bist nicht der Sefirot, den ich früher kannte. Okay, oh Gott, lass uns bitte nicht kämpfen. Lass uns bitte nicht kämpfen. Nein, ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Oh, geht total auf die Augen, oh Backe. Und das ist das Ende der Geschichte. Moment mal, das ist alles? Ich kann mich nicht erinnern. Was geschah mit Sefirot? Von den Fähigkeiten her hätte ich ihn nie töten können. Die offiziellen Akten weisen aus, dass Sefirot tot ist. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Die Zeitung gehört Shinra. Du kannst dich also auf diese Information nicht verlassen. Ich muss die Wahrheit wissen. Ich will wissen, was passiert ist. Ich forderte Sefirot heraus und habe es überlebt. Warum hat er mich nicht getötet? Ich lebe auch noch. Es scheint, dass vieles keinen Sinn ergibt. Was ist mit Chinova? Es war im Shinra-Gebäude, richtig? Shinra brachte es von Nibelheim nach Midgar. Hat jemand es später entfernt? Es fehlte im Shinra-Gebäude. Sefirot? Verdammt, es gibt alles keinen Sinn. Ich gehe. Hört ihr, ich bin weg. Das Denken überlasse ich euch. Okay, alles klar. Wenn du das nicht mit anhören möchtest... Hey, Goya, los, gehen wir. Warte mal. Goya, was ist los? Stehst du nur hier rum, während Sefirot sich auf dem Weg ins verheißene Land befindet? Ich werde weder Sefirot noch Shinra das verheißene Land erreichen lassen. Falls sie das schaffen, sind wir alle am Ende. Verstehst du, was ich meine? Wow, das klingt irgendwie beides voll gemein. Also das erste klingt so total ironisch oder sarkastisch. Und das hier ist so nach dem Motto, mich interessiert nicht, was du zu sagen hast. Ich nehme mal das hier in der Hoffnung, dass das vielleicht kein Sarkasmus ist. Überlass das alles nur mir. Ich wollte es mir eigentlich nicht mit Barret verscherzen. Oh, Bruder. Hm. Goya? Wie schlecht ging es mir, als Sefirot mich niederstach? Ich dachte, du legst im Sterben. Ich war so verzweifelt. Ich. Die Alten, Cetra, Genova, Sefirot und ich. Lasst uns gehen. Barret wartet. Eine faszinierende Geschichte. Oh ja, ich glaube, faszinierend ist echt noch mega, mega harmlos ausgedrückt. Also das, was wir jetzt alles erfahren haben. Wie gesagt, das muss ich erst mal sacken lassen. Die ganzen Bilder, die ganzen Charaktere, die ganzen Erkenntnisse, die ganzen Hintergründe. Das ist echt ziemlich viel Input gewesen. Ich muss mich da erst mal selber sammeln. Ich sehe mich schon wieder... Oh, die Hälfte vergessen. Komme nicht ran. Was? Warte mal, ich muss mir mal kurz an der Nase kratzen. Hä? Wenn ich nicht rankomme, wer kommt denn da sonst ran? Ist nicht gerade irgendwie ein bisschen blöd? Warum geht das denn nicht? Wow, ich habe mein Menü wieder. Hä? Okay, kann mir bitte jemand sagen, wie ich an dieses Item rankomme? Ich gehe mal davon aus, dass ich diese Stadt ja auch häufiger noch betreten kann. Und mir das dann nachträglich noch holen kann. Also so hoffe ich zumindest. Hey, Goja, hier! P-H-S Kannst du mir das auch übersetzen, mein guter Barrett? Gruppenmitglieder austauschen. Oh nein, eine neue Funktion. Ist schon wieder was total für Goja. Also, Menü aufrufen und P-H-S wählen. Es kann nur auf der Weltkarte oder einem Speicherpunkt verwendet werden. Was ist denn P-H-S? Danke für die Erklärung, liebes Spiel. Mit P-H-S stehen wir in ständigem Kontakt miteinander. Also los, verschwinden wir von hier. Puh, okay. P-H-S. So, so. Ah, da steht das zur Verfügung. Oder auch nicht. Also ist es jetzt zumindest anwählbar. Ähm, was machst du? Total cool. So, ich glaube, wir sind aber mit unseren MP und HP voll. Genau, denn ich habe ja, glaube ich, beim letzten Mal hier schon übernachtet. Und ja, jetzt brauche ich definitiv... Ähm, eine Speichermöglichkeit. Ähm, ach so, das ist der Typ, der uns hier schon so, äh, paar Sachen nahe bringen möchte. Gut, ähm, ja. Ich muss das Ganze erstmal abspeichern. Und ich habe jetzt hier, ähm, fast drei Stunden am Stück aufgenommen. Ey, das ist echt der absolute Wahnsinn. Weil, ähm, ihr habt ja nicht alles mitbekommen. Weil ich ja ganz am Anfang dieser Aufnahmesession, ähm, 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 diesen, ähm, Versuch nochmal unternommen habe. Beziehungsweise den Anfangsteil nochmal nachspielen musste. Da, wo, äh, ich gegen die Stange scheiterte. Ne, das ist für euch wahrscheinlich schon ewig lang her. Weil, ähm, ja, weil ich jetzt, ähm, hier zwischenzeitlich noch echt viel danach an Story und sowas alles hatte. Und, ja, also, ich danke euch auf jeden Fall, Leute, fürs Zuschauen. Ähm, und, ja, werde, ich weiß, ich bin total durch den Wind. Ich muss das erstmal alles so sacken lassen, wie gesagt. Ich weiß gar nicht, wie es im nächsten Part weitergeht, was ich mir da vornehme. Ich muss jetzt auf jeden Fall, ähm, eine Nacht drüber schlafen. Und, ähm, ja, hoffe natürlich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.